Hallo und herzlich willkommen wirklich zur letzten Folge, die ich jetzt am Stück aufnehme. Ich bin offensichtlich ein bisschen süchtig. Ja, ich habe jetzt Plastik freigeschaltet. Oh, what the heck. Okay, offensichtlich können wir noch mehr Inseln. Oh, Entdecke sieben Inseln, das gab ein Achievement. Und wir können noch mehr. Für acht Plastik können wir hier noch eine Insel freischalten. Ach, ist das schön. Dann gucken wir uns die Insel auch mal an. Neugierentdecker. Wow, was ist das? Das ist alles so schlecht. Warum ist die so? Warum sucht man da so rein? Was ist denn das? Bei so vielen Büschen kannst du nicht erkennen, was das hier ist. Der Bau eines Bio-Scanners könnte dir helfen, das Gebiet freizuräumen. Äh, okay. Der Bau eines Bio-Scanners. Bio-Scanner? Ich meine, hatten wir das nicht hier schon? War dann nicht hier schon? Hatten wir nicht schon so einen Bio-Scanner? Okay, puh. Okay, da brauchen wir nur ein paar von diesen Plastik-Lego-Steinchen. Und ja, ich nenne sie Lego-Steine. Was sind das hier? Moshi-Kapsel. Okay. Ist das hier eine wilde Insel also? Ja. Ist ja kein Problem. Wildes Biom. So, Bio-Scanner, Zielsetzen, Biom-Scanner. Dann kann ich jetzt sehen, was es ist. Ich brauche auch noch Sachen. Okay, offensichtlich brauchst du diese Sachen. Zehn Stück. Zwei habe ich schon. Es braucht man diese Früchte. Okay, okay. Das geht ja schon mal. Wo kriege ich die Früchte her? Ist die Frage, hm? Hm. Das sieht nicht so aus. Das könnte man das hier abholzen. Wow, 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 wow. Was ist das mal? Digi. Hier, was ist das denn da? Da liegt doch was rum, oder? Oh, ne, hier. Oh, wie viel brauchen wir davon? Hunderte? Oh, jetzt geht es schon wieder los. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Sauerstoff. Ja, spannend. Spannend. Wir gehen direkt wieder rein. Upsala. Ja, so. Hier ist genau. Und Eier. Vier Stück. Fertigstellen, okay. Also gut. Jetzt gerade ein bisschen unbefriedigend. Aber wir haben mal ein Tier. Au revoir. Na Gott sei Dank. Haben wir das Schutzschild, gell? So, fünf müssen wir immer machen. Was ist denn das? Das ist ein Raumschiff, oder? Ich meine, können wir damit wieder zurück ins All fliegen? War es das dann? Aber wahrscheinlich müssen wir das tausendmal reparieren. Mit tausend Dingen, ne? Ja, das ist ja immer so. Ist ja immer so. Ist ja immer so. War ich noch eine Fliege? Hallo, fliegen. Seid ihr? Eine noch bitte. Oh, hier. Ach, mal zwei. Ja, das ist hoffentlich eine Einbahnzahlung und nicht eine dauerhafte Zahlung, weil das finde ich sonst, das kriegen wir ja sonst echt. Wie sollen wir denn das? Also, ich meine gut, je nachdem, was wir da so zu tun haben, bin ich auch fein damit, das nicht zu tun. So. Plastik, Plastik, sehr gut. Dreimal Plastik, wir gucken mal ganz kurz, was wir uns damit kaufen können. Die Module, ja gut. Oh, was haben wir hier? Achso, das war die. Ne, 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 das hier, die Viehzucht, auf jeden Fall, ne, die Viehzucht, drei Plastik in die Viehzucht. Sehr gut. So. Theoretisch könnten wir wirklich jetzt darüber nachdenken, ob wir das nicht zum Anlass nehmen und die Viehzucht hier hinten nochmal ein bisschen verstärken. Warum sind die Bots... Warum sind die Bots jetzt nicht so schwierig? Kann man ja gut schauen. Schauen wir mal. So, dann machen wir zwei Plastik und acht Stahl für. Gut, zwei Plastik dauerte wahrscheinlich eh noch, dann könnten wir so eine Scheune machen. Mal gucken, dann machen wir hier nochmal ein bisschen weiter und suchen uns nochmal ein paar Blümchen. Und nochmal eine von diesen Froschkröten. Ja, hier. Was habe ich gesagt? Zwei fehlen mir noch. Ah, ist schon schön gemacht, oder? Mir gefällt es richtig gut. So, dann gibt es auch die letzte. Aua. 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 Da steht einer. Ach, das war es schon. Was ist denn das für ein Samenbärenbaumsetzling? Ne, 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 ne. Den wollen wir gar nicht weg damit. So, wer bist du denn, du grüner Mann? Hm. Quack, 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 quack. Schalte den automatischen Übersetzer ein. Äh, Aua. Testtest. Tut mir leid. Mein Name ist Krowak. Hm. Mein Schiff hatte Probleme bei dieser, und dieser Planet war die letzte Landoption. Das Schiff ist, wie du sehen kannst, ziemlich beschädigt. Könntest du mir helfen, es zu reparieren? Es würde Tage dauern, wenn ich alles alleine machen müsste. Ich arbeite mit dem, was den Abschluss überlebt hat, aber ich glaube einige Teile müssen ersetzt werden. Könntest du mir mit den Teilen helfen, die ersetzt werden müssen? Du kannst dir direkt am Raumschiff nachsehen, was ich brauchen werde. Und da mein Volk anderen immer etwas schenkt, wenn sie sich zum ersten Mal treffen, habe ich das hier für dich. Ich glaube, du möchtest die zusätzlichen Ressourcen, die du hier rumliegen hast, verkaufen, richtig? Neues Gebäude. Was? Fernshop-Katalog. Tätige Käufe direkt vom interplanetaren Shop. Ah, ja. Hm, hm. Hm, was ist denn das hier? Zielsetzen. Hm. Hm. Interessant. Warte mal, kann man das denn jetzt hier... Hier oben auch? Ne. Schade, das ist dann angepinnt. Das müssen wir dann... Ich weiß halt nicht, was das ist, deswegen lassen wir das mal. Oh, aber jetzt können wir hier mal die Dinger sammeln. Wie cool. Und zwar eine ganze Menge. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Beschäftigen wir uns noch mal ein bisschen mit der Plastikindustrie. Sehr gut. Wie viel haben wir denn hier noch in dem Lager drin? 39. Das sollte erstmal schicken. So, dann machen wir die mal da rein. Und heben das Plastik mal auf. So, was können wir denn machen? Jetzt können wir wieder was forschen. Immer noch das gleiche, die Module. Fortgeschrittene Produktion. Okay, wir... Ach so. Wir wissen nicht so genau. Ach so, das hier. Plastal. 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 Ein extrem widerstandsfähiges und leichtes Material. Rezepte herstellen in... Ja, auch in der Raffinerie. Aber 20 ist halt auch eine Menge. Mit 20 können wir echt mal erst eine ganze Menge haushalten, würde ich sagen. Ring, ring, ring. So. Also, das würde ich jetzt gerade mal nicht machen. Das haben wir hier unten noch zu bieten. Hier liegen ein paar rum. Das ist doch schon mal schön. Nehmen wir die mal mit. Mal so Kupferdinger. Brauchen wir vielleicht auch gerade mal keine. Okay, wir gehen mal ganz kurz ins Museum, um uns mal wieder zu resetten. Da sagt, wir könnten irgendwas machen. Mit zwei Plastik vielleicht. Ladegeschwindigkeit. Ja, ne. Warte mal. Ladegeschwindigkeit. Ich bin offensichtlich nicht so der Schießwütige. Wie ihr sehen könnt. Wo kommen denn die grünen Köpfchen hin? Hier. Guck mal. So. Haben wir das doch schon mal erledigt. Sehr gut. Die oben beiden, das hatte ich ja schon gesagt, haben wir jetzt. Müssten wir hier mal gucken. Plastik. Fünf Stück. Einfach einlagern. Ist eine Menge Holz, aber notwendig. Dann können wir die Disketten und diese komischen Plaststahlsachen einlagern. Verstehe. So. Und hier können wir auch noch was freischalten. jeder Wasserball. Elektroöfen arbeiten jetzt schneller. Machen wir mal. Schaltet frei. Industrielle Raffinerien arbeiten jetzt 25% schneller. Oder Assemblers. Verpacken Gegenstände. Aber wir haben auch was Neues bekommen, oder? Hier die Scheune. Werbeck Kreaturen sammelt automatisch die Produkte ein. Genau. Das war doch das, was wir bauen wollten. Das einzige, was uns dazu fehlt, ist die Legosteine. So. Eben diese Scheune. Die bauen wir jetzt mal hier so hin. Futterautomat. Futterautomat. Tiere im Stall. Keine Tiere. Geh in den Tierstall, um Tiere dort zu lassen. Ausgangsbehälter. Futter benötigt Endprodukte. Endprodukt. Okay. Nummer eins, was wir erstmal fangen können. Na komm. Sehr gut. So. Können wir das Tier jetzt hier reinsetzen. Futterautomat. Futterautomat. Untalk Kapsel. Tiere im Stall. Keine Tiere. Geh in den Tierstall, um Tiere dort zu lassen. Ach, ich muss in den Tierstall rein gehen. Alles klar. Hallo. Wo ist das Tier denn jetzt hin? Kreaturenregister. Lege eine Fangkapsel in den Slot, um sie zur Scheune hinzuzufügen. Tiere in dieser Scheune. Kreaturen, die in Scheunen produzieren können. Mhm. Ah ja. Interessant. Was macht der denn da? Was produziert der denn da? Ton? Seltsam. Okay. Kann ich dann bitte mein... Futterautomat. Kann ich dann bitte mein Tier wieder haben? Warte mal. Ist das vielleicht jetzt da rausgehüpft? Ah ja. Das war einfach nur der Lüftungsschacht. Ein bisschen kurios. Registriere Tiere in dieser Scheune. Okay. Tatsächlich kann man dann sagen, könnten jetzt hier noch zwei andere Tiere reinsetzen, oder? Ist das richtig? Futterautomat. Futter benötigt, dreimal Beere, Endprodukt, einmal Kaka. Na gut. So, da wird jetzt hier Futter eingelagert. Ja, tatsächlich, da wird der Futterautomat direkt belagt. Hier ist dann gleich auch schon was. Futterautomaten. So, was haben wir da sonst noch? Steine könnten wir da reinpacken. Und diese Honigdinger. Hm, okay. Was auch immer das dann ist, ne? Also, könnte man natürlich mal probieren. Naja, das sind aber Knochen. So, dann nehme ich den zweiten auch noch einfach mit. Wobei bist du denn? Entschuldigung. So. Was war das denn jetzt? Unfair. Fern-Gedönst-Teleskop. Naja, ist ja schon gut. Nehmen wir das mal kurz raus. Was war denn das jetzt gerade hier? Da, wo war denn das jetzt hier? Fortschrittlicher Samenextraktor war es nicht. Hier. Fern-Shop-Katalog. Tätige Käufe direkt vom interplanetaren Shop. Den bauen wir doch einfach mal direkt daneben, oder? Oh. Interplanetare Shop, ich glaube, es geht wo los? Oh, oh Gott. Interplanetare Shop. Hm, Praktikant. Exporteur-Rakete. Kostenlos. Ja, dann kaufen wir die nochmal. Liefert die Produktion. Liefert die Produktion und verkauft sie für... ...nur eine Einheit. Hm. Hm. Händler 1. Persönliches Raumschiff. Erweiterter Bauernhof. Warteck, ist das jetzt dein Ernst? Händler 2. Gap. Also, die kann ich jetzt bauen? Tatsächlich. Liefert die Produktion? Ja, aber wie kann ich das denn... Wie kann ich das denn bauen? Die persönliche Rakete? Kann ich die hier entbauen? Oh, ich fasse es nicht. Ich kann der Rakete bauen. Ich meine, ich habe keine Rakete bauen. Vertrag. Auswählen. Okay. Wir geben dir... Vertrag. Lieferung 5. Stahlbezahlung 100k. Anzahl an Verträgen 10. Dann mache ich 100k. Warte mal, die 100k braucht ich doch gerade... Das lassen wir mal. Nicht mal die Bots nutzen hier. Fracht. Fracht. Treibstoff. Biokraftstoffflasche. Status. What's the heck? Okay, Momentchen mal eben. Das ist eine Sauerstoffflasche. Und hier bekomme ich einen Untalk-Sattel. Ein Untalk-Sattel? Da kann ich einen Wildschwein reiten. Und für 150k kann ich den Händler 1 freischalten. Dann kann ich das hier alles kaufen. Ist das richtig? Also gut. Wir brauchen 200k. Vertrag. Plus Stahl. Elektronische Bauteile. Das haben wir alles nicht. Deswegen können wir uns das nicht leisten. Wir können also nur Stahl nehmen. Wir haben nur diesen. So. Jetzt können wir da 5 einlagern. Fracht. Könnte ich nochmal... Ja, ich will... Zweimal das Ganze machen. Fracht bereit. Treibstoff nicht bereit. Treibstoff. 4 Stück. Gesundheit. Entschuldigung. Okay, müssen wir jetzt Treibstoff herstellen. Lass mal gucken. Wo kann man denn hier Treibstoff herstellen? Er zeigt Energie für eine Insel durch das Verbrennen von Biokraftstoffen. Nee. Produziert fortschrittliche und empfindliche Komponenten. Nee. Fortschrittlicher Elektroofen. Nee, 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 nee. Edelstand übertackter. Also... Hm. Da wissen wir noch nicht so ganz genau. Wo kriegen wir denn jetzt die Energie her? Hm. 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 Wo kriegen wir jetzt den Treibstoff her? Wissen wir noch nicht genau. Okay. Hm. Hm. Mach du mal meine Pflanzen, da kann ich ein Dings haben, ne. Dann ist es aber vorbei hier. So. Die Kapsel legen wir noch da rein. Geht nicht. Nur Kreaturen der gleichen Art können in der gleichen Scheune leben. Ah, okay. Ja, ist bedauerlich. Das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. So. Und dann wird hier die Kaka aufgebaut. Hingebracht quasi nahezu, ne. So. Ja, krass. Also wir brauchen irgendwie den Biokraftstoff. Warte mal, ist das was, was der Typ hier herstellen kann? Ich muss mich zwischendurch noch um die Pilze kümmern, weil das ist noch nicht automatisiert. Ah, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Das ist ein bisschen automatischer läuft. So, Plastik. Wird in Plastik eingelagert? Nee, oder? Nee, sehe ich gerade nicht. Sehe ich gerade nicht. Hm, bedauerlich. Okay. Irgendwas sagst du mir, kann ich mal machen? Die, komm, machen wir die mal. Sonst labert er mich ja stundenlang Ewigkeiten damit voll. Also, vielleicht können wir ja jetzt an den Bots. Genau. Wähle ein Modul zu installieren. Naja, ich habe gerade zu pflegeweise keins. Aber egal, wir können ja welche herstellen. Heilungsmodul, Botbeschleunigungsmodul. Hm. Ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, wir müssen mal unsere Pläne, glaube ich, ein bisschen genauer umsetzen. Also, ich glaube, das hier ist okay. Wir brauchen, glaube ich, nochmal einen von den, von den Dingern hier. Lass uns da ruhig mal nochmal 10 Steine für nehmen. So. Und nochmal so einen Ofen reinstellen. Und dem Ofen sagen auch du das nochmal, bitte. Damit wir ein bisschen mehr einlagern. Ich glaube, das ist so, wie es ist, noch nicht genug. So. Zack. Zack. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Lagerfläche. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir mal folgendes. So. Versuchen wir das mal. Geht das nicht? Doch, das geht. Du bist ja falscher. Ich wollte dich nehmen. So. Das Ganze mal ein bisschen näher zu bauen. Also, man kann ja immer noch dazwischen gehen, ne? So. Und das geht ja immer noch. Ist halt nur sehr eng. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Äh. Nope. Ich will das trotzdem dahin verlegen. Ja, geht. Ja, geht. Okay. Dann können wir vielleicht. Hier noch welche dazwischen setzen. Ich glaube, das werden wir brauchen auf kurze und langen. So. Und dem hier würde ich sagen, bitte einfach mal nur Kupferbarren einladen. Bitteschön. Hm. Mal gucken, was passiert mit dem Kupferbarren. Ich kann natürlich sein, dass die das hier erstmal völlig überfrachten und zuschütten. Hm. Muss mal ein bisschen abwarten. So. Das pappen wir mal hier rein. Scheint keine mehr zu haben. Und dann haben wir noch ein paar Pilze. Ach, ist das schön. Ich hab Bock. Ich hab hier auch. Ja. Punkt. Mehr wollte ich noch nicht sagen. So. Ein paar Pilze sammeln. Also gut. Wir brauchen jetzt Energiekraftstoff. Das ist quasi, worum es geht. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich hab einen Fehler gemacht. Warte mal. Kann man den? Kann man den nicht auch einfach abbauen? So ein bisschen hier unter Wasser Zeugs, ne? Okay. Wir müssen noch mal warten. Bis hier nochmal so ein großer spawnt. Und dann würde ich versuchen, den auch abzu... Ach ne. Ab ernten geht ja nur dann. Naja. Egal. So. Guck mal, jetzt haben wir ja schon ordentlich Plastik eingesammelt. Ist doch gut. Brauchen wir eigentlich hierfür? Das nächste war... 8 Plastik. Für die nächste Nummer. Kann sein, dass wir das brauchen. Genau. Punkt. Ähm. So. Ach. Schau mal. Jetzt wird hier auch was eingelagert. Wie schön ist das denn? Ja. Dann langern wir das doch auch mal damit ein. So. So, so, so. Ja gut. Äh. Einen Punkt haben wir auch nochmal zu vergeben. Läuft richtig gut hier gerade, oder? Bewegen sich jetzt 50% schneller. Da brauchen wir noch einen zweiten. Drohnen. Wir machen mal die Drohnen. Vielleicht können wir die doch noch bauen. Haben wir jetzt Drohnen? Können wir jetzt Drohnen hier forschen? Öh. Achso. Das waren die Module. Ne. Wann das? Das wollte ich machen. Hier können wir Entdeckerbedürfnisse. Luftleitungen. Versorg dich mit Atemluft, wenn du auf anderen Inseln bist. Ja. Ne. Und die Übertakter sind auch nicht so interessant. Ne, 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 ne. Also das einzige, was jetzt gerade interessant wäre... Ah ja, genau. Das war das quasi. Ähm. War jetzt hier, um die Beschleunigungs... Beschleunigungsmodule herzustellen. Ähm. Gut. Ich lass jetzt eh ein bisschen laufen. Dann machen wir mal fünf Stück davon. Das ist bedauerlich für das schöne Plastik. Aber so ist das dann mal. So. Genau. Jetzt werden wir die Bots nämlich da einmal alle ausrüsten. Das geht alles intuitiv, wie ich finde. Das ist eigentlich sehr schön gemacht. Vielleicht ein bisschen kindlich, aber... So. Ja, guck mal. Wow, 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 wow. Jetzt geht's aber ab. Ab geht's. Haben wir eigentlich gesagt, dass sie das hier auch... Ja, die Bots benutzen das auch. Zu liefern der Schmierstoff. Hm. Ähm. Also, wir haben ja gesagt, dass die das hier auch nutzen dürfen, ne? Die dürfen das, Gebäude, die von Bots gemanagt werden. Ja. Hier wird gemanagt, aber wird nichts abgeholt. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Na ja, gut. Wir sind mal wieder am Ende einer Folge angekommen. So. Ja, und das bedeutet, ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sind schon ganz schön weit gekommen, was dieser Typ, die da gerade gemeint hat, mit von wegen Raumschiff, Rauchzeugs. Das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Ach doch, hier das. Guck mal. Ähm. Ne. So, okay. Aber zwei Blasstahl, die haben wir noch nicht. Das war auch klar. SCHL Ach sehen wir wahrscheinlich mal los. Wasitor Objekt. Naja, gut ich sehe schon, dann bringen wir das mal eben kurz rüber. Ja, läuft das mal gut. hier irgendwie läuft hier irgendwie kaka wird auch nicht transportiert nur was wir jetzt mit der kaka machen das wissen wir noch nicht so genau düngen naja wir düngen damit alles klar ganz vergessen gut man damit an also wie schon sagte vielen dank fürs gucken ich freue mich auf die nächste folge mit euch macht's gut